jetzt nehm ich auf jetzt leute jetzt nehme ich auf mich auf fliegt mega fliegt du fliegst nein ich bin profi nein du fliegst einfach nur ich bin profi ich schwöre nein doch ich gehe den rand hier vorbei und sucht dich damit ich töten kann naja jetzt ja jetzt noch zu töten ja wieder voll iron hat und eigenschwert ich darf nicht schütten möchte ich ganz töten kann was hast du für rüstung tja so diamond also also ich hab voll quantum rüstung zwar ich habe aber wohl geküppt aber könnte wurden stärker weil man gar nicht stimmt ja ja aber ich kann dafür coole sachen aber er tötet mich ja nicht er hat noch ein dorf gewonnen ist vielleicht das dorf wo du bist das auf jeden fall ein schmiede ich habe die frage was hast du in der dorf schon mal karotten abgebaut was abgebaut karotten hast du paar liegen lassen im ersten doch halb ich hätte nicht abgebaut die linken über karotten hier sind auch zwei schmieden aber ich habe keinen abgebaut wer bitte am ersten auf oder keine schmiede ich weiß warum die die bauern ja auch abbauen okay ich hab voll schrocken sagt du wirst auch schon mal gewesen ist aber doch ein doppel zwei schmieden zu hier irgendwo ist für mich ich weiß es nicht ich bin nicht schon weg ich krieg nur warum habe ich gerade erst mich dumm ach man ja warum vom apfel ich habe abgefunden habe ich vielleicht welchen ein tacks nicht gold apfel ich weiß das hat du wohl wenn ich es weiß wobei die grenze ja bei egal das größte stück scheiße der welt ja nicht meine künftige art an magst du keine möpse also es kommt an wie sie so liegen und so gut ja ja ach man ich kann nie was denn wohl noch schon über das Regen oder nicht du bist nicht interessant mit der neuer vor hier wollen auch noch reden wollten wir im Video wollten wir nicht doch wir wollen mal in die durch so reden ich mache es meine wenn die wissen auch ganz hoch soll ich auch wenn ich bei dir nein hatten wir auch gewohnt das außerhalb der barriere so leute jetzt kommt es heute jetzt kommt 32 6 6 gar nicht war so eigentlich habe ich mit mehr gerechnet welcher er müsste bei der bei der ist barriere nein ich bin weiß auf okay er kann ich weiß er dir also einfach echt so ein scheißdorf das aber außerhalb der barriere was soll denn das ich könnte was wir machen ich will ich doch heute greffel karl der kurve doch noch nicht also es wird wahrscheinlich wie viel leben haben wir eigentlich gar nicht gesagt drei oder so und nur ein zwei die map ist schon ziemlich groß zwei und mal mit zwei zwei okay okay hatten dorf gefunden ist das auch in der halb der barriere da würde so weit ich möchte schmiede muss sagen mein part ist gerade sehr spannend ich renne durch nichts weil die welt nicht ladet wenn das nicht der beste part auf youtube führt dann wird das der das ist der beste ich bin jetzt die beste wird die bieten wird jetzt der was was ich bin mal vielleicht ist ne der beste der zweitbeste der drittbeste ich finde keine schmiede mehr mann möchte ich finde es im westen tritten in welcher spiel ist bitte essen land ist ein gar nicht hoch keine ahnung morgen morgen fahren wir an und dann ich erinnere mich doch an mein wow sport nicht damit gebaut habe aber wir einfach nicht genutzt haben du meinst den teaching ja den asiatischen das ist das heißt dann okay wir am ende bei sauf angekommen links und also ist ich sehe ich aber nicht soll das wo bist du hin die barriere 3000 blöcke breit als mieter ich bitte dich läuft die barriere nicht mehr ich bitte sie ja nicht bist du bist ja so ziemlich in der mitte war es wieder in die mitte man soll das also ich meine ziemlich in der mitte von der sauf barriere aha warte mal ich wüsste ich vermuten ich wüsste meinen zuschauern was mich brechen nein ich wüsste nur hören ich wüsste nur hören ich wüsste nur hören ich wüsste nur hören es ist jetzt so lange dass ich es nicht hören ok ok also hier kannst du jetzt da ist gerade eine barriere auch noch die ich leider nicht wir wollen wird alles orange wird ja auch orange nicht ok ich wüsste nur auf jeden fall über den dorf nein nein für jeder tor zielt ok ok ich weiß ich kann man nicht nur durch master da ist hier ist ein dorf was ist denn vielleicht ist ja schon gelootet du bist immer noch bei der sauf barriere oder ja so ungefähr ja bei dem dorf da ja auch also ziemlich sauf fließt mika ich habe mein bett im letzten torf gelassen alter es gibt dir keine schafe er hat auch gar keine schafe die welt wurde nicht gespeichert nicht gut dann würde ich sagen dann löschen wir die welt schnell ja ja sehr geil geil die kriper sind so geil also mika ist gerade so auf eurem gerät das ist sehr gut auch geil das ist nicht so gut bei mir ist hier nur ein bion also ich bin es auch schön bei der komiker ist sehr gut ich bin 6.000 blöcke von ihm fährt das ist gut nein was machst du denn glaubst du nein nicht ich aber der villager warum kundest du dich um die villager die würden vielleicht was gutes handeln keine ahnung wie verortiert das fleisch und so nein einer perle nein die ist gar vorsichtig ich habe auch schon eine menge gesehen waren aber ungebrochen hat dieser griefer so gekommen und wollte nicht dass die ender perle kriegt man diese asozialen ender griefer boah ich dachte gerade das wärst du alter san und skelett boah ich bin das nicht doch du klickst auch so vervollst dich bestimmt gerade mit deinem schwert und wedelst rum ja 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 ich kann doch schon wieder immer diese dörfer wir nehmen das und es um kam camera life direkt runter kommt von monstern angegriffen eine invasion michael ist aber eine invasion okay als scheid warst du hier auch nicht warum waren wir bitte in dem haus nur krepper da war wirklich nur krepper mal der kann nicht stets und wir wollen es hat wieder beendet warte mal ich bin gerade noch vergiftet okay jetzt geht es wieder gut aber wir haben wieder den part wieder ok bis zum nächsten mal hauen rein abonnieren